Heiko, alles geht weiter mit Let's Black, Seraphic Chronicles! Das letzte Mal haben wir Harmoniegespräche geführt. Und wir sollten jetzt alle Gespräche mit grüner Harmonie geführt haben. Schauen wir nochmal kurz durch. Jawohl, 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 jawohl. Die haben wir auch, die auch. Alchemov, jawohl. Krufta Entja, Bergwalla, gefallene Arm. Perfekt! Das heißt, heute machen wir weiter mit der Hauptstory. Und ich gucke mal, wer hier noch nicht so viel schöne Harmonie hat. Blau, Schulk und Melly sind nur grün. Ricky und Dunban. Hier fällt gerade wieder ein Flugzeug vorbei. Das muss man hoffentlich nicht hören wird auf der Aufnahme. Natürlich wird man es hören, es ist sehr laut. Hm. 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 Hm, 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 hm. Was wäre denn am geschicktesten? Am geschicktesten, am geschicktesten wäre eigentlich Melly... Fiii... Fiii... Melly, Fiora, Dunban? Ja, ich glaube Melly, Fiora, Dunban. Ich habe lange nicht mit Melly gespielt. Ich nehme jetzt Melly. Melly nehme ich und dann nehme ich Fiora und Dunban mit. So, ich möchte Melly und dazu möchte ich Fiora und Dunban. Und ich hätte gerne mehr KP. Schala hast du? Oh, kann ich nicht entfernt werden? Dann da. Gib mir. Gib mir KP-Juwelen. Her damit. KP-Juwelen. So, nach Rang. Ähm. Uh. Ach, Fiora hat das gerade. Fiora hat das krasse KP-Juwel. Melly. Was will ich haben? Ich will das haben. Ich könnte auch mal wieder gucken, ob ich Juwelen schmieden kann. Hm. Bald. Bald. Bald, 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 bald. So. So. Kann ich noch irgendwo? Mehr Erfahrungspunkte? Ja, doch. Ist auch in Ordnung. Äh. Okay. Dann bin Fiora. Ja, passt schon. Wie sieht es eigentlich aus mit den Talentbäumen? Die sind glaube ich auch bald. Bald. Ja. Ja. Oh ja. Schmuck ist schon beim letzten nämlich. Schala auch. Ricky ist bald voll. Da muss ich aufpassen. Noch 100 Punkte ungefähr. Ryan. Okay. Okay. So. Ähm. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber hier ist ein Pfeil. Ich folge einfach dem Pfeil. Wird schon passen. Äh. Zu dir? Zu dir? Ja. Ja. Was ist das für ein Lärm heute da draußen? Tut mir leid. Unsere Bekanntschaft ist also noch im Anfangsstadium. Trotzdem schätze ich ihn als zuverlässigen Kollegen. Bei der gemeinsamen Arbeit kann ich sicher viel von ihm lernen. Ich darf mich jetzt nicht mit dir reden sagen. Michael! Habt ihr euch genug vorbereitet? Hahaha. Unser Ziel ist der Mechaniskern. Ihr wisst, was uns dort erwartet. Seid ihr bereit aufzubrechen? Äh. Auf geht's. Wir sind vollbereit. Auf geht's. Ich kann mich nicht drinnen. Auf geht's. Das Mechonnis ist moving. Jäu. Hey, du! Ich steige dich! Du solltest mich nicht verlassen! Ich lasse mich, und du wirst ein Sit-Ups für den Rest von deinem Leben! Ja, Colonel! Ja, was du schiefst? Und du willst dich nicht verlassen, als du schiefst! Ja, du willst dich nicht verlassen! Ja, ich steige dich! Ich bin entschuldigt, um die Frau Mayneth zu erkennen zu haben, ich hatte keine Chance, aber zu benutzen deinen Körper. Selbstverständlich, ich bin dankbar, dank dieser Körper zu sehen, dass ich Shulk und die anderen wiedersehen habe. Wo ist die Frau Mayneth nun? Wie soll ich sie nennen? Sie ist normalerweise in寠em. Vielleicht ist sie einfach nicht, dass sie mich nicht beschädigt hat. Es ist eine Ungewöhnliche Gefühl. Zwei Arps in einem Körper. Es ist nicht jeden Tag, dass du etwas erleben kannst. Ich sehe. Das ist ein großartiges Relief. Es ist, als ob ich sie in ihrem Herz sehen. Wir alle wissen, was die anderen denken. Aber... Es ist verrückt. Es fühlt sich, dass es ein Teil von meinem Herz ist, das ist gegründet. Es ist die Teil, die die Gefühle von Mayneth hält. Und ich kann sie nicht sehen. Vielleicht ist es nur natürlich. Jeder hat ein oder zwei Geheimen, richtig? Aber ich weiß, wie viel sie über diese Welt interessiert. Deswegen bin ich froh, dass sie benutzen meine Körper. Fiora... Ich glaube, Lady Mayneth ist froh, dass sie dich treffen hat. Ja. Ich weiß. Nein, das VIDEO Schuch, gut news von His Highness. The Allied force retreated in time, casualties were kept to a minimum. Glad to hear it. That's great news. All areas are being prepared for evacuation. We can only hope they make it. We won't let them down. This is one fight we can't afford to lose. Here upon Ricky, all set. Ricky, bounce some heads. We'll go with you. Can't beat strength in numbers. Really? You're a tough old-timer. What's this? The old fossil wants to tag along. As long as you don't slow us down. Sir, let's see who makes it through the battle. We'll be right back. We'll be right back. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020